Hallo? Ja hallo, kann ich mal den Rums sprechen? Wer ist denn da? Der Möb. Der wer? Der Möb2K. Möb2K? Ja, ich soll Ihnen sagen, dass ich das Telefon hochbringen soll. Aber was ist das denn für ein Name? Das ist nur ein Nickname. Sind Sie von der... Aber Sie sind doch kein... Sie wollen doch Rums nichts tun, oder? Nein. Okay, kleinen Moment, ja? Ja. Hier, für dich! Hallo? Gute! Moin! Na du? Digga, wie geht's dir? Boah, was geht's? Wie geht's? Ey! Ja? 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 Geht's dir gut? Ja, aber sicher doch. Wer bist du? Ich bin der Möb2K. Hast du gerade mit meiner Mutter gesprochen? Ja, ja, als Maulmann. Hab ich dich verarscht, ne? Ja, Quatsch. Doch, hab ich. Ey, aber ich hab ja meinen Anstand, ich wollte ja nicht einfach Gute sagen. Wolltest du mir Gute sagen? Ja. Digga, kommst du irgendwo aus Mainz oder so? Na, Frankfurt. Frankfurt, ne? Da sagen die sowas, ne? Ja. Gute, Alter. Das ist doch... Warum sagt man das? Das ist einfach so. Weißt du, was man mal bei uns in Indien sagt? Nö. Hä? Nö. Sag ich dir nicht. Okay. Willst du noch jemanden grüßen? Äh, ja, den Hackbit muss ich grüßen. Und den Bullock. Den Bullock? Ja. Wie alt bist du denn, mein Freund? Was? Wie alt bist du? Ich bin 17. Warum? 17? Ja. Ja, weil ich zur Zeit Single bin. Oh, geil. Und du? Bist du Single? Aber hallo, für dich schon. Bist du oder nicht? Ja, für dich schon. Ja, wie für mich? Entweder ja oder nein. Ich will nicht in eine Beziehung funken. Ach, das macht nix. Du darfst das. Nee, ich will das nicht. Nachher ist dein Freund nachher echt im Arsch oder so. Ach nee, der versteht das. Meinst du? Ja, ich glaub schon. Echt? Ja. Ja. Geht das wirklich? Ja, auf jeden Fall, Mann. Okay. Okay. Okay, Digger. Aber ey, aber eine Frage. Ja. Bist du G oder L? Hans Baulmann. Nein, bist du G oder L? Nee, ich bin gar nix. Sag mal, du musst eins sein. Äh, nö. G oder L? Nee. Sag doch. Normal M. Hä? Ganz normal M. Ja, ich weiß, du bist M. Das ist mir schon klar. Ja. Bist du G oder L davon? Ach, was weiß ich, Mann. Ja, G oder L. Überleg. Ja gut, dann G. G? Ja. Okay, mehr wollte ich gar nicht wissen. Okay. Okay, und M bist du oder was? Ja, auf jeden Fall. Ja? 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 Ja, schon. Okay, alles klar denn, ne? Alles klar. Und danke, dass du nochmal zugegeben hast, dass du gay bist. Okay, mach's gut dann, ne? Ich steh dazu. Sind halt noch, du Spinner. So, hau rein. Tschüss, halt, laber nicht sowas, Mann. Geh nach Hause. Ja, tschau. Tschüss. Hahaha. So, okay, Mann. Er ist gay. Auf jeden Fall gaybehindert. Gay. Und was gibt es noch alles mit gay? G, g, g. Ja, das ist immer der eine, der, weißt du, ihr kennt doch, guck mal, gay, ne? Und, und, und der, und der Merk2k ist einer, der geht immer in, äh, bei, äh, findmich.net. Und da, und da, und da macht immer ein Foto von sich hin und dann steht da unten so, gaymeinsam chatten. Hahaha.